Das ist definitiv ein heißes Bad. Sarina Nowak teilt neue Instagram-Fotos und nimmt ihre Fans mit in ihr Badezimmer, wo sie sich nackt präsentiert. Sarina Nowak zeigt eine Bilderreihe, die mit sexy Bademantelpix beginnt. Dabei zieht ihr Hammer-Dekolleté die Blicke auf sich. Auf dem letzten Foto posiert Sarina komplett hüllenlos in ihrer Badewanne. Um den Kopf hat sie ein weißes Handtuch geschlungen und stützt sich entspannt auf dem Rand ihrer Wanne ab. Das Kirby-Model genießt die Auszeit im Bad und zeigt stolz seine perfekten Kurven. Die Fans sind von Sarina Nowaks heißen Bildern begeistert. Wow, dachte beim Scrollen auf den ersten Blick, es wäre Marilyn, meint eine Userin. Wunderschön und ein tolles Vorbild, kommentiert eine Followerin. Unter den Kommentaren tummeln sich auch zahllose Herzaugen und Flammen-Emojis. Kein Wunder, schließlich sieht Sarina Nowak einfach perfekt aus. Ugh, horrible. Bis zum nächsten Mal.